In diesem Video präsentiere ich dir die krassesten Ex-Investmentbanker, die du auf jeden Fall kennen solltest. Denn es ist einfach so, wenn du bei einer Top-Investmentbank einsteigst, dann hast du herausragende Karrieremöglichkeiten. Und ich werde dir in diesem Video einige absolute Überflieger präsentieren, die Milliarden Unternehmen gegründet haben, die bis ganz nach oben in der Politik aufgestiegen sind und und und. Das heißt nicht, dass du jetzt unbedingt das Ziel auch erreichen musst, aber es ist einfach dafür da, um dir mal aufzuzeigen, was eigentlich alles möglich ist, wenn man nach seinem Studium bei einer Top-Investmentbank einsteigt oder einfach bei einer Top-Investmentbank später einmal arbeitet. Ich habe hier eine Liste auf meinem Computer offen, die werde ich jetzt in Ruhe durchgehen. Und wir starten mit Gründern von Private-Equity-Funds oder von Hedge-Funds. Das ist jetzt natürlich auch in der Finanzindustrie angelagert. Das heißt, der Wechsel vom Investmentbanking hin zur Gründung von einem eigenen Hedge-Fund oder zu einem eigenen Private-Equity-Fund liegt ziemlich nah. Und auch das Private-Equity an sich ist natürlich eine beliebte Exit-Möglichkeit, nicht nur für eine eigene Gründung, sondern auch, um dort als Arbeitnehmer nach dem Investmentbanking zu arbeiten. Das heißt, es ist so, dass hier in dieser Branche, in dieser Gruppierung jetzt super, super viele bekannte Investmentbanker arbeiten und dort sehr erfolgreich geworden sind. Und wir starten direkt mit Stephen Schwartzman, den vermutlich der ein oder andere von euch heute bereits kennt, denn er ist heute der CEO und Gründer von Blackstone. Stephen Schwartzman hat selbst im Investmentbanking angefangen. Er stieg nach seinem Studium bei Lehman Brothers ein. Dort war er vor allem im Bereich M&A, Mergers & Acquisitions tätig und wurde dann mit nur 31 Jahren zum Managing Director befördert. So, dann hat er 1985 zusammen mit Peter George Peterson und Startkapital von 400.000 US-Dollar, die Blackstone Group gegründet. Und wie jedem vermutlich bewusst ist, ist Blackstone heute einer der Top-Priate-Equity-Funds auf dieser Welt. Und das lässt sich Schwartzman natürlich gut bezahlen. Beispiel auf der Gehälter. In 2015 hat er 734,2 Millionen US-Dollar Gehalt bezogen. In 2016 hat er 425 Millionen US-Dollar Gehalt bekommen. Und in 2017 hat er 786 Millionen US-Dollar Gehalt bekommen. Das heißt, das sind natürlich Gehälter, wo irgendwelche Fußballprofis und 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 niemals rankommen können. So, und um dir zu zeigen, wie viel Geld Schwartzman wirklich hat, kann ich dir einfach mal auch ein bisschen vorlesen, wie viel Geld er so spendet. 2008 hat er für die New York Public Library 100 Millionen US-Dollar einfach mal so zur Renovierung und Erweiterung gespendet. Und wenn wir uns das Privatvermögen von ihm anschauen, laut Forbes hat er im Oktober 2020 ein Nettovermögen von 19 Milliarden US-Dollar besessen, womit er auf Platz 64 auf der weltweiten Liste liegt und auf Platz 24 auf der Liste der reichsten US-Amerikaner. So, weiterer interessanter Ex-Investment-Banker in diesem Priority-Hedge-Fund-Bereich ist David Tepper. David Tepper hat für sieben Jahre als Trader bei Goldman Sachs gearbeitet und hat dann Apollosa Management gegründet. Das ist auch ein Hedge-Fund und Apollosa Management hat in 2009 ein Gewinn von rund 7 Milliarden US-Dollar erzielt. Und David Tepper hat ein Gehalt in 2009 bekommen von rund 4 Milliarden US-Dollar. Also nochmal zum Vergleich, Stephen Schwarzman hatte Gehälter von so irgendwie 700, 800, 500 Millionen US-Dollar, was natürlich auch schon sehr ordentlich ist. Und David Tepper hat 2009 einfach 4 Milliarden US-Dollar Gehalt bekommen. Damit war er der bestverdienste Investor an der Wall Street in diesem Jahr vor George Soros und, und, und. Und dieses eine Jahr hat ihn dann auch in die Liste der 400 reichsten Menschen gebracht und in die Liste der 50 reichsten US-Amerikaner. Auch ganz lustig, er hat sich mehrere Sportclubs gekauft, zum Beispiel in der NFL Carolina Panthers für einen Kaufpreis von ca. 2,3 Milliarden US-Dollar. Und dann auch nochmal einen Fußballklub. Das heißt, man erkennt schon, wer sich irgendwelche Sportvereine für ein paar Milliarden kauft, der muss sich um Geld nicht mehr so viele Gedanken machen. Neben David Tepper und Schwarzman gibt es noch sehr, sehr viele weitere Ex-Investment-Banker, die in diesem Private Equity Hedge Fund Bereich sehr erfolgreiche Unternehmen gegründet haben. Wenn du dir die Gründe anschaust von KKR, von Apollo, von Vista Equity Partners etc., findest du auch dort überall Ex-Investment-Banker. Das heißt, das ist eine mögliche Ex-Investment-Position, die super, super relevant ist. Zum Thema Ex-Investment-Möglichkeiten aus Investment-Banking und Strategieberatung machen wir übrigens nächsten Montag am 20.12. ab 18 Uhr auch ein Live-Webinar. Da kommen einige Gäste, die beispielsweise bei Top Investment Bank, Top Strategieberatung für einige Jahre gearbeitet haben, dann ein Ex-Invest gemacht haben. Wenn du da live dabei sein möchtest, gerne auf pumpkincris.com-webinar gehen. Ist unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Kannst du dir kostenfrei deinen Platz sichern. Es wird keine Aufzeichnung vom Webinar geben. Das heißt, entweder bist du live dabei oder du verpasst das Ganze. Dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie und zwar den Startups. Auch die Startup-Gründung oder der Ex-In-Startup ist eine sehr beliebte Ex-Option von former Investment-Bankers. Du siehst schon noch mal mehr Ex-Strategieberater, die irgendwelche Unicorns hochziehen. Aber natürlich gibt es auch einige Unicorns, die von Ex-Investment-Bankern gegründet wurden. Hier sehr prominent, war beispielsweise auch letztens bei Tim Gabel im Podcast von Scalable Capital, Erik Potzoweit und Florian Brucker. Scalable Capital ist ein Neobroker, Robo-Advisor, wurde 2014 gegründet und hat auch einen Unicorn-Status. Erik Potzoweit war bei Goldman Sachs, bevor er gegründet hat. Sein Co-Founder war ebenfalls bei Goldman Sachs. Goldman Sachs waren auch beide einige Jahre tatsächlich bei Goldman Sachs. Das heißt, auch dort sieht man natürlich, ist es jetzt die Gründung im Fintech-Bereich, liegt natürlich auch relativ nahe am Bereich Investment-Banking. Aber man sieht, man lernt dann im Investment-Banking auch die Skills, die man braucht, um erfolgreiches Startup hochzuziehen. Und es ist natürlich auch von Vorteil, wenn es darum geht, von VCs Funding einzuräumen. Aber nicht nur erfolgreiche Fintech-Startups bauen auf Ex-Investment-Banker. Natürlich ist es so, dass zum Beispiel auch bei N26 der CFO Dr. Jan Kemper Ex-Credit-Swiss-Investment-Banker ist. Aber beispielsweise auch, wenn wir uns andere Startups in anderen Branchen anschauen, wie zum Beispiel HelloFresh, wurde auch von einem Ex-Goldman Sachs-Banker gegründet, nämlich von Dominic Richter. Klarna auch wieder im Fintech-Bereich, dort der CFO ist zum Beispiel Ex-HSBC-Investment-Banker. Zum Thema als Investment-Banker und Startup-Gründer habe ich übrigens auch schon mal ein Video aufgenommen mit dem Raphael von GetQuinn. GetQuinn ist auch im Fintech-Bereich, ein Startup, hat auch ordentlich Funding bekommen in letzter Zeit. Und Raphael war Investment-Banker bei der Deutschen Bank. Das Video dazu kann ich dir gerne hier oben einblenden. Da sprechen wir darüber, was seine Learnings aus der Zeit als Investment-Banker waren, was es ihm für seine Zeit in der Startup-Gründung dann gebracht hat. So, nachdem wir jetzt die Hedge-Funds, die Priority-Equity-Funds und die Startup-Gründer abgehakt haben, sprechen wir als nächstes noch über die Politiker. Investment-Banken-Politik ist natürlich immer eng verstrickt, vor allem wenn es darum geht, irgendwelche Milliarden-Konzerne, irgendwas zu machen. Da ist natürlich die Politik immer super hinterher, weil es da um Tausende, teilweise Zehntausende Arbeitsplätze geht, weil es da um Millionen und teilweise Milliarden von Umsätzen geht. Das heißt, Politik und Banking ist da sehr eng verknüpft. Und da sieht man hervorragend beispielsweise bei dem Präsident von Frankreich, Emmanuel Macron, der selbst nach seinem Studium erst im Finanzministerium eingestiegen, hat dann auch für einige Zeit bei einem Think Tank in Frankreich gearbeitet, auch im Finanzbereich natürlich, und ist dann mit 31 zu Rothschild gewechselt. Also Investmentbank bei Rothschild hat dort auch einige sehr, sehr große Deals mitbegleitet und wurde dann tatsächlich zwei Jahre später zum Partner befördert und hat danach bekanntermaßen eine eigene Partei gegründet und ist ein sehr erfolgreicher Politiker geworden. Aber neben Emmanuel Macron gibt es auch noch zahlreiche weitere Beispiele, die dir zeigen, wie eng Investmentbanken und Politiker verknüpft sind, wie beispielsweise Mario Draghi, Ex-Goldman Sachs, Ex-EZB-Chef und heute Premierminister von Italien, wie beispielsweise Henry Paulson, ebenfalls Ex-Goldman Sachs, war Finanzminister in den USA im Zuge der Finanzkrise 2008. Und es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele von US-Senatoren über super hohe Mitarbeiter in Finanzministerien auf der ganzen Welt und, 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 wo man sieht, wie eng Investmentbanken und Politiker zusammenarbeiten und wie leicht auch der Wechsel zwischen Top-Investmentbanken und der Politik am Ende des Tages gelingen kann. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Gründung einer eigenen Investmentbank. Wir hatten jetzt Priority-Equity-Funds, wir hatten Hedge-Funds, wir hatten Start-Ups, wir hatten Möglichkeiten in der Politik. Es gibt natürlich auch bei sehr, sehr vielen großen DAX-Konzernen, SDAX-Konzernen etc. irgendwelche Top-Manager, die former Investmentbankers sind, also beispielsweise irgendwelche Leute, die in der CFO-Position oftmals arbeiten. Aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Gründung einer eigenen Investmentbank. Ja, und da habe ich jetzt mal zwei, drei, vier Beispiele rausgesucht, beispielsweise Evercore, Moeli, PJT oder Perella Weinberg. Wenn wir uns PJT anschauen, sind die Initialen des Gründers Paul J. Taubmann. Und der hat selbst an der Wharton School in Pennsylvania studiert, hat sein MBA in Stanford gemacht und hat dann über 30 Jahre bei Morgan Stanley gearbeitet, war dann zuletzt auch Global Head of Investment Banking, Global Head of M&A und hat dann 2013 PJT gegründet. Anderes Beispiel von Evercore, der Gründer Roger Altman, der wurde mit nur 28 Jahren Partner bei Lehman Brothers im Investmentbanking, ist danach ins US Treasury gewechselt, hat dort einige sehr, sehr große Deals begleitet, ist dann wieder zurück zu Lehman Brothers, dann zu Blackstone, dann ist er wieder zurück in die Politik, hat sehr eng unter der Präsidentschaft von Bill Clinton, mit Bill Clinton zusammengearbeitet und hat danach, nachdem er wieder in der Politik war, ist dann zurück wieder in die Finance-Industrie und hat Evercore gegründet, Evercore auch international tätig im Investmentbanking mit 2,2 Milliarden US-Dollar Umsatz in 2020. Ja und das zeigt jetzt einfach mal auf, was eigentlich möglich ist, wenn man im Investmentbanking einsteigt, das heißt es natürlich nicht, dass das für jeden Einzelnen replizierbar ist, irgendwie Gehälter von 500, 600 Millionen US-Dollar im Jahr zu verdienen, aber ein Bruchteil dessen ist auf jeden Fall möglich, wenn man Gas gibt, wenn man alles herausholt, wenn man natürlich auch oft zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, aber man kann Glück auch erzwingen und es lohnt sich im Studium Gas zu geben, es lohnt sich in diesen Bereichen erste Erfahrungen zu sammeln und es lohnt sich einfach mal auf dem Schirm zu haben, was eigentlich Möglichkeiten sind. Schreib mir gerne mal unten in den Kommentaren, welche Ex-Investmentbanker du sonst noch kennst, welche Ex-Investmentbanker hier vielleicht in diesem Video gefehlt haben und schreib mir sonst auch mal dein Feedback zu diesem Video unten in den Kommentaren, ob das cool war, ob das was geholfen hat, ob dich das Ganze irgendwie motiviert hat, Gas zu geben, ob du alle von diesen Leuten schon kanntest oder ob da auch irgendjemand Neues dabei war und ob ich sowas beispielsweise auch mal für die Strategieberatung machen soll. Wie gesagt, nächsten Montag am 20.12. ab 18 Uhr machen wir ein Live-Webinar, wo wir über die Ex-Investmöglichkeiten von Strategieberatung und Investmentbanking sprechen, mit einigen Gästen, auch jemand, der zum Beispiel bei einer Balch-Breaket gearbeitet hat, dann PE-Exit gemacht hat, kann ich dir nur empfehlen, dort kostenfrei dabei zu sein, kannst Fragen stellen, es gibt wie gesagt auf YouTube davon keine Aufzeichnungen und falls du dieses Video zu einem späteren Zeitpunkt anschaust, bewirb dich auch gerne auf eine persönliche Zusammenarbeit mit uns auf pumpkincareers.com. Wenn du vor hast, im Investmentbanking einzusteigen, ist es super wichtig, dass du da alles richtig machst und da sind wir ganz gute Ansprechpartner, können dich da sehr kompetent unterstützen. Wir haben einige Ex-Investmentbanker bei uns im Coaching-Team, und wir haben diesen Prozess sehr, sehr gut verstanden, wie man es schafft, dort den Einstieg zu meistern. Danach ist natürlich auch ein bisschen dir überlassen, ob du es dann schaffst, deinen eigenen Hedgefund zu gründen oder ob du es schaffst, US-Finanzminister zu werden, das ist dann dir überlassen, aber den Weg bis hinein zu einer großen Balch-Breaket, das können wir gemeinsam sehr gut angehen und können dich dabei sehr gut unterstützen und dafür einfach mal auf unsere Webseite gehen, pumpkincareers.com und einfach gerne auch ein paar Erfahrungsberichte lesen von anderen Leuten, die wir da schon in diese Branchen hineingebracht haben und dann wirst du sehr schnell merken, okay, das funktioniert und dann kannst du dich bewerben und wir können uns das mal gemeinsam anschauen und gemeinsam schauen, ob wir auch bei dir da Gas geben können. Das war es mit dem Video, ich freue mich über einen Daumen hoch und bis zum nächsten Video.